Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Videoreihe, wo es um die Messmethoden in der Biomechanik geht. Heute setzen wir uns ein wenig auseinander mit der Messung von kinematischen Größen. Davor aber klären wir ein paar Grundbegriffe. Der Schnittpunkt der drei Körperachsen nennt sich Körperschwerpunkt. Spannt man über zwei der drei Körperachsen eine Ebene, so erhalten wir die Frontalebene, auch Koronalebene genannt, die Sagittalebene und die Transversalebene. Betrachten wir die drei Körperebenen an einem Beispiel des ehemaligen kroatischen Nationalspielers Davo Šuker. Läuft Šuker vor und zurück, so bewegt er sich in der Sagittalebene. Macht Davo Šuker jetzt auf einmal Sidesteps, so würde er sich in der Koronalebene bewegen. In der Transversalebene werden die Bewegungen, sprich Drehungen um die eigene Längsangste durchgeführt. Der Körperschwerpunkt bildet hier den Nullpunkt des kathesischen Koordinatensystems. Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen einem globalen, sprich ortsfesten Koordinatensystem und einem lokalen, einem bewegten Koordinatensystem. Mit dem Körperschwerpunkt als Nullpunkt haben wir ein ortsfestes Koordinatensystem und die Bewegung des Balls kann beschrieben werden durch ein lokales Koordinatensystem. Die Kinematik eines Segments kann mittels von 15 Parametern beschrieben werden. Wir benötigen lediglich die x, y und z-Koordinate des Massenmittelpunktes des jeweiligen Segments. Dazu benötigen wir noch die Geschwindigkeiten in alle drei Richtungen und die Beschleunigungen in alle drei Richtungen. Um Rotationen um den Körperschwerpunkt beschreiben zu können, benötigen wir noch zwei Winkel. Die Angabe eines dritten Winkels ist redundant. Zwei Winkel sind ausreichend zur Beschreibung einer Rotation um den Massenmittelpunkt. Was wir noch benötigen, sind die Winkelgeschwindigkeit und die Winkelbeschleunigung. Wir zählen alle Parameter zusammen und erhalten die Zahl 15. Wollen wir nun den kompletten Körper beschreiben, so benötigen wir 15 mal die Anzahl der Körpersegmente, um die Kinematik beschreiben zu können. Und das sind schon ziemlich, ziemlich viele. Bei einer Ganganalyse empfiehlt es sich nur die unteren Extremitäten anzuschauen. Die einzelnen Segmente und Gliedmassen oberhalb der Gürtellinie können zu einem großen Körpersegment zusammengefasst werden. Bei der Erfassung kinematischer Merkmale stehen dem Biomechaniker zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Wir beschäftigen uns ausgiebig mit den direkten Methoden. Das vollgängigste Verfahren zur Zeitmessung ist das Stoppen mit einer Stoppuhr. Bei einer Videobildanalyse rechnet man die Anzahl der Bilder durch die Bildfrequenz. Die Weg- und Geschwindigkeitsmessung mittels LAWG werden wir gleich noch einmal auffassen. Winkel können mithilfe eines Goniometers bestimmt werden. In der modernen Wissenschaft sind diese mit resistiven Sensoren ausgestattet. Dazu zählen Drehpotentiometer oder Dehnungsmessstreifen. Potentiometer sind elektrische Widerstände, dessen Werte mechanisch veränderbar sind. Dehnungsmessstreifen ändern ihren elektrischen Widerstand bei mechanischen Verformungen. Hier ein Beispiel, wie die goniometrische Messung mit Dehnungsmessstreifen erfolgen kann. Daten und Fakten dazu sind links aufgelistet. Widmen wir uns nun einem sehr, sehr ernsten Thema. Wir haben die Extension und Flexion des Kniegelenks gemessen und wir fragen uns jetzt, wie genau unsere Messungen wirklich sind. Oftmals ist der AD-Wandler ein limitierender Faktor. Ein 12-Bit-Wandler kann zum Beispiel ein Messsignal in nur 4096 gleich große Teile auflösen. Für ein Goniometer ist diese Auflösung ausreichend, da der aufgelöste Winkel um maximal 0,04 Grad abweichen kann. 50 Hertz als Aufnahmefrequenz sind bei einer knienischen Ganganalyse vollkommen ausreichend. Was passiert aber, wenn wir den Ballkontakt im Tennis mit einer Kamera aufnehmen wollen? Eine herkömmliche Kamera reicht dafür nicht aus, um den Kontaktzeitpunkt herauszufinden. Da sind 50 Hertz auf einmal nicht mehr ausreichend. Ebenfalls nicht ausgeschlossen bei der Durchführung von Experimenten sind Fehler. Dabei wird unterschieden zwischen systematischem und zufälligem Fehler. Systematische Fehler treten bei unveränderten Messbedingungen stets mit dem gleichen Wert auf. Sie sind objektiv bedingt durch die Unvollkommenheit der Messgeräte und lassen sich daher nicht ausschalten. Ein Beispiel für den systematischen Fehler wäre eine fehlerhafte Optik der Kamera oder mangelhafte mathematische Algorithmen. Als Fehler werden auch unterschiedliche Fertigungstoleranzen bei Längenmessgeräten wie zum Beispiel dem Geodreieck oder dem Zollstock bezeichnet. Zufällige Fehler werden durch nicht voraussehbare Veränderungen der Messbedingungen hervorgerufen. Diese Art von Fehlern lassen sich mittels mathematisch-statistischer Verfahren ermitteln. Bei Wiederholtmessungen mit einer derselben Messanordnung streuen die Messwerte bedingt durch zufällige Fehler um einen Mittelwert. Ein Beispiel hierfür sind Temperaturschwankungen oder Erschütterungen. Das war's für den ersten Teil. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns ein wenig mit dem System Lave, damit der Weg und die Geschwindigkeit gemessen werden kann. Tschüss und auf Wiedersehen!